Heute in Österreich berichtet live vom Unfallort und geht den Ursachen der Massenkarambolage nach. Wolfram Birchner. Waren es nur die widrigen Widerungsbedingungen oder doch leichtsinniges Verhalten der Autofahrer? Oder sind gar die Sicherheitsmaßnahmen in diesem neuralgischen Autobahnabschnitt nicht ausreichend? Diese Fragen stellen wir unter anderem einem Verkehrsexperten und zugleich auch Mitplaner, der diesen Bereich sicherheitstechnisch betreut hat. Heute in Österreich hat auch einige Betroffene im Krankenhaus besucht. Die Massenkarambolage auf der Westautobahn. Heute in Österreich. Wir starten in wenigen Minuten.